Der Zoo Frankfurt ist einer der ältesten Zoos Deutschlands und gleichzeitig einer der bedeutendsten. Aber ist er auch einer der besten? Sollte man ihn unbedingt einmal besucht haben? Nun, nein und ja? Es ist kompliziert, aber immer hübsch der Reihe nach. Der Zoo Frankfurt wurde ursprünglich 1858 gegründet und an seinem jetzigen Standort ist er auch schon seit den 1870er Jahren. Aus dieser Zeit stammt auch das Zoogesellschaftshaus. Das moderne Eingangsgebäude daneben ist offensichtlich ein paar Jährchen weniger alt, es stammt aus dem Jahr 2013. Gleichzeitig entstand auch das sogenannte Ukumari-Land, das sich direkt hinter dem Haupteingang erstreckt. Ukumari bedeutet Bear in Quechua, einer Sprachfamilie, die indigene Völker in Südamerika gesprochen haben. Und wer eins zu eins zusammenzählt oder einfach auf den Bildschirm guckt, der weiß damit schon, dass hier natürlich Brillenbären leben. An gleicher Stelle befanden sich vorher die alten Bärenanlagen, wo zuletzt auch noch Lippen- und Maleienbären gehalten wurden. Wie ihr auf diesen Aufnahmen aus 1958 seht, wurden hier im Laufe der Zeit aber die unterschiedlichsten Arten gehalten. Jetzt sind die Brillenbären die einzig verbleibende Bärenart in Frankfurt, aber Manu und Jimbo leben hier trotzdem keinesfalls alleine. Der Bereich bietet drei Außenanlagen a 500 Quadratmeter. Wie ihr sehen könnt, waren die beiden Brillenbären bei meinem Besuch gemeinsam auf einer Anlage, aber auf der mittleren Anlage wären sie in Vergesellschaftung mit Waldhunden, die ich immerhin aus der Distanz filmen konnte. Und auf der dritten Anlage leben Brillenbären gemeinsam mit großen Ameisenbären, die sich mir beide leider an zwei Tagen nicht gezeigt haben. Insgesamt ist der neue Eingangsbereich in Kombination mit dem Ukamari-Land wirklich ein sehr vielversprechender Einstieg in den Zoo. Die zuständigen Architekten von Henschion und Reuter, die übrigens auch das Gondwana-Land in Leipzig geplant haben, haben hier wirklich saubere Arbeit geleistet. Aus dem vorhandenen Platz wurde das Maximum für die Tiere herausgeholt und für Besucher wurden tolle Einsichten und ein insgesamt sehr stimmiger und immersiver Themenbereich geschaffen. Auch die spielerisch-edukativen Ansätze gefallen mir sehr gut, auch wenn man da insgesamt sicherlich noch mehr machen könnte. Hoffentlich wird die neue Löwenanlage, an der gerade noch gebaut wird, genauso überzeugen. Und damit geht es rein in den Katzen-Dschungel, in dem ich entsprechend keine Löwen gesehen habe. Und da die Tiger gerade draußen waren, waren auch deren Innenanlagen erst einmal leer. Die Rostkatze war zwar nicht aktiv, aber zumindest habe ich sie erspäht und das hat mich sehr gefreut, denn sie sind eine echte Rarität. Vier Haltungen in Deutschland, immerhin 20 in Europa. Auch Fossers werden tatsächlich gar nicht so viel häufiger gehalten, ich sehe sie aber relativ oft, zum Beispiel in Duisburg. Dennoch hat es mich sehr gefreut, hier einige wirklich schöne Aufnahmen machen zu können. Und vor allen Dingen muss ich sagen, das hier ist vielleicht das beste Fossergehege, was ich kenne. Es gefällt mir vor allen Dingen wegen der Vertikalität. Und derart gut einsehbare Innenanlagen sind bei Fossers auch ein echtes Novum. Ursprünglich lebten hier in der Anlage statt der Fossers aber eben auch Nebelpader. Ich war aber zugegebenermaßen vor allen Dingen auf die Tiger gespannt, denn dort gab es gerade Nachwuchs zu sehen. Raya und Rimba sind am 20. Juni 2023 geboren worden. Inzwischen sind sie also sicherlich schon etwas größer. Wie schon zuletzt in Berlin war ich dann auch in Frankfurt überrascht, als ich am zweiten Tag gesehen habe, dass die beiden kleinen Sumatra-Tiger nicht komplett getrennt von ihrem Vater aufwachsen. Gerade damals in Berlin habe ich aber auch einige Aufnahmen gemacht, die wirklich zeigen, dass so etwas in einem Zoo auch tatsächlich sehr gut funktionieren kann, wenn man weiß, was man tut. Also vor allen Dingen seine Tiere sehr gut kennt und entsprechend einschätzt. Und dass die Tiere hier so schön miteinander harmonieren, ist auch deshalb gut, weil diese eine Außenanlage, die man wunderbar von einem Steg aus einsehen kann, halt wirklich richtig gut und auch schön groß ist. Aber das zweite Außengehege ist halt wirklich sehr klein und für mich somit eigentlich nur als Absperrgehege akzeptabel. Das ist für mich allerdings auch das größte Manko an einem ansonsten sehr soliden Raubkatzenkomplex, dem man anmerkt, dass er Anfang der 2000er entstanden ist. Das einzige Überbleibsel aus der Chimek-Zeit war eben die Anlage für asiatische Löwen, die jetzt ja auch renoviert wird. Ein paar mehr Lernelemente könnte ich mir hier auch noch gut vorstellen, wobei man sich didaktisch hier leider mit dem Wechsel von Nebelpalern auf Fossars auch schon einiges verbaut hat, denn ursprünglich war das mal ein rein südostasiatischer Katzendschungel. Auf dem großen Weiher gegenüber der Tigeranlage schwammen bei meinem Besuch nur noch zwei verbleibende Pelikane. Darüber hinaus befindet sich im Weiher auch eine Gibbon-Insel. Die nördlichen Weißwangengibbons blieben bei meinem Besuch aber in ihrer Innenanlage. Vorbei an den Zwerggottern, die hier in einem kleinen, aber feinen Gehege leben, geht es weiter Richtung Chimek-Haus. Das, wie es die große Fledermaus über dem Eingang schon vermuten lassen könnte, ein Nachttierhaus ist. Und zwar eines der wohl größten Nachttierhäuser der Welt, wobei im Ein- und Ausgangsbereich auch tagaktive Tiere gehalten werden, wie etwa die helle Goldstachelmaus, die europaweit nur fünfmal gehalten wird. Da es in Zoos allgemein recht wenig Nachttierhäuser gibt, ist es nur logisch, dass hier einige Raritäten zu finden sind. Tibesti-Stachelmäuse gibt es etwa nur sechsmal in Europa, bei Wüstenschläfern gibt es nur eine weitere Haltung in Kroatien, und hier gibt es auch die einzigen Fingertiere auf dem europäischen Festland zu sehen. Hier gab es zuletzt auch 2021 Nachwuchs, was bei der hochbedrohten Lemurenart natürlich extrem erfreulich ist. Und, ei, 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 ich muss sagen, bei näherer Betrachtung finde ich Fingertiere eher süß als gruselig. Losgelöst davon, wie oft die jeweiligen Arten jetzt genau gehalten werden, es lässt sich festhalten, ich glaube, das Jemekhaus bietet bei jedem Besuch immer ganz besondere Eindrücke und Erlebnisse. Ich fand es zum Beispiel super spannend, die Greifstachler zu beobachten, ich habe mich sehr darüber gefreut, ein Erdferkel zu sehen, oder aktive Kurzschnabeligel, das sieht man wahrlich auch nicht alle Tage. Und dieses koboldhafte der Hochlandschlankloris fand ich auch wieder unfassbar faszinierend, wie die sich bewegen, einfach toll. Ach ja, und natürlich habe ich mich gefreut, mal wieder Tüpfelbeutelmarder zu sehen. Die machen sich ja so ein bisschen in den deutschen Zoos breit, mittlerweile immerhin vier Haltungen. Und das gilt so ähnlich auch für die Rotschulter-Rüsselhündchen, die gibt es nur sogar immerhin schon fünfmal in Deutschland jetzt. Und damit sind wir wieder bei den tagaktiven Tieren angekommen, wo es mit dem Komodowaran, der größten Echse der Welt, auch noch eine Besonderheit gibt. Neben Leipzig aktuell noch die einzige Haltung in Deutschland, aber sie sollen nach Köln kommen. Wobei die größte Rarität hier wohl die rotbraune Elefantenspitzmaus ist, die es ansonsten nur in Düsseldorf gibt. Wenn ich Zootieliste glauben darf, weltweit. Aber das größte Highlight für mich waren hier am Ende die Tamanduas. Denn ich liebe Tamanduas und sie so aktiv sehen und filmen zu können, hat mein Herz erfüllt. Ich war so unfassbar glücklich. Fast hätte ich deshalb sogar den Nachwuchs bei den Sakis übersehen. Ich habe euch jetzt bei weitem noch nicht alles gezeigt und aufgelistet, was das Jemek-Haus zu bieten hat. Es ist ein sehr artenreiches Haus und somit auf der einen Seite definitiv ein Highlight. Wie gesagt, eines der größten Nachttierhäuser der Welt. Auch Berlin kann hier nicht mithalten und somit ist das wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und eine Besonderheit. Aber bei Nachttierhäusern ist immer kritisch anzumerken, dadurch, dass der Tag-Nacht-Rhythmus für die Tiere komplett umgedreht ist, also Nacht ist, wenn bei uns eigentlich Tag ist, können sie keine Außenanlagen haben. Deswegen muss man Nachttierhäuser jetzt nicht per se verteufeln. Aber meiner Meinung nach sollte man vor allen Dingen immer kritisch damit umgehen, welche Arten denn jetzt wirklich in Nachttierhaltungen leben müssen und welche Arten eben auch in, in Anführungszeichen, normalen Haltungen leben können, selbst wenn Besucher sie dann halt vielleicht seltener aktiv sehen. Um nicht gleich wieder in das nächste artenreiche Haus zu stolpern, lassen wir das Exotarium zunächst einmal rechts liegen und auch zu den Menschenaffen kommen wir erst später. Stattdessen schauen wir hinter dem Spielplatz bei den Kreas vorbei, die hier durchaus eine geräumige Voliere bewohnen, genauso wie das Baumkänguru daneben, das ich allerdings in seiner Innenanlage gesehen habe. Hier befindet sich auch das Kiwi-Informationszentrum. Leider bekommt man als Besucher die süßen Neuseeländer allerdings nicht zu Gesicht, denn sie werden hier nur hinter den Kulissen gehalten und erfolgreich gezüchtet. 2021 konnte man den 50. geschlüpften Kiwi in Frankfurt feiern. Wieder was zu sehen gibt es bei den afrikanischen Wildhunden, allerdings nur durch einen dicken, hässlichen Maschendrahtzaun und auch ansonsten wird das Gehege keine Preise gewinnen. Da gefällt mir die gegenübergelegene Gemeinschaftsanlage für Addax- und Morga-Zellen schon deutlich besser. Zwei wunderschöne Arten, die leider beide vom Aussterben bedroht sind. Vom Platz her könnte hier vielleicht sogar noch eine dritte oder vierte Art mit dazu kommen. Entschuldigung, aber hört ihr das auch? Wer beschwert sich denn da? Oh, oh ja, tut mir leid, ich habe euch vergessen. Herrhühner leben natürlich auch noch mit auf der Anlage. Und damit sind wir in der Vogelwelt angekommen und schlagen uns als erstes durch die Vogelbüsche. Vier begehbare Biotopfoliären, die durchaus für ein Erlebnis sorgen können. Und so konnte ich einige sehr schöne Aufnahmen vom Rotfuß-Serima machen, der von mir völlig unbeeindruckt blieb. Nur meine Schuhe, die fand er echt interessant. Hey, du! Den Vögeln hier mitunter ganz nah kommen zu können, ist natürlich echt toll. Wobei ich auch sagen muss, dass man gerade zum Beispiel Rote Sichler und Kuhreiher andernorts auch in deutlich größeren begehbaren Volieren begegnen kann. Nebenan in den Faustvogelhallen wird es für mich dann aber so langsam wirklich bedenklich. In der ersten Halle erwartet uns eine immer noch recht beeindruckende Sammlung von Kleinfögeln, etwa mit Guldamardine, Kubagimpeltangare, Kapuzenzeisig, Blaukronenpapageichen oder Kobaltnaschvogel. In der nächsten Halle geht es dann in jeglicher Hinsicht eine Nummer größer weiter. Hier findet ihr viele weitere Vogelarten, wie Grauflügel-Trompetervögel, Blauflügel-Kukabura, Blau-Ohr-Honigfresser, Rotohrbüllbülls oder Stachelibisse. Für regelmäßige Zuschauer dürfte es allerdings keine Überraschung sein, dass mein Favorit natürlich die Visaya-Hornvögel waren, die auch nur viermal in Deutschland gehalten werden. Alles in allem eine tolle Vogelsammlung und gerade wenn man bedenkt, dass das Haus aus den frühen 60ern stammt, macht das Ganze immer noch einiges her, was natürlich auch auf eine zwischenzeitliche Modernisierung zurückzuführen ist. Woran es hier meiner Meinung nach aber mangelt, sind Außenvoliären. Ein Problem, das ich auch mit Vögelhäusern in anderen Zoos habe, aber einen einzelnen Marabu in einem Glaskasten habe ich jetzt noch nirgendwo sonst gesehen und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Andernorts leben Marabus oftmals auf großen Afrikasavannen mit drauf und ja, die haben dann gestutzte Flügel, die hat der hier offenkundig nicht. Aber ich glaube nicht, dass er deswegen jetzt hier das Bessere losgezogen hat. Bis Anfang 2019 lebte in dieser Anlage übrigens Schuhschnabel Mausi. Und außen gibt es einen Bereich, der so aussieht, als ob sie vielleicht früher raus konnte. Liebe Frankfurter, klärt mich da gerne mal auf. Wie dem auch sei, mein Eindruck der Faustvogelhallen ist jedenfalls durchwachsen. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich vermutlich den schönsten Teil nicht sehen konnte. Denn in der Freiflughalle wurde gerade das Dach saniert. Auf dem Dach des Affenhauses gegenüber thront ein Flugzeug. Es ist ein Nachbau der Maschine, die unter anderem bei den Dreharbeiten zum Film Serengeti darf nicht sterben zum Einsatz kam und in der Michael Dzemek 1959 tödlich verunglückt ist. Das Dzemek-Camp ist aber vor allen Dingen ein Denkmal für seinen Vater Bernhard, der hier von 1945 bis 1974 als Zoodirektor gearbeitet hat und der sich auch als Buchautor und Tierfilmer einen großen Namen gemacht hat. Er ist in vielerlei Hinsicht einer der bekanntesten und illustren Zoodirektoren, die Deutschland jemals gesehen hat. Deshalb habe ich ihm auf meinem Zweitkanal ein eigenes Video gewidmet. Schaut da also gerne auch noch rein. Glaubt mir, es lohnt sich. Denn ich meine, es gibt nicht grundlos sogar buchstäblich einen Spielfilm über ihn. Aber bevor am Ende auch noch dieses Video Spielfilm Länge bekommt, wenden wir uns lieber mal dem Affenhaus zu. Hier steht ein Pavianfelsen der alten Schule, wenn auch nicht ganz so schön wie in Köln. Leider mangelt es hier meiner Meinung nach an Naturboden, was sich relativ leicht beheben ließe. Und spätestens seitdem ich in Knutenburg letztes Jahr gesehen habe, wie man Paviane eben auch halten kann, muss ich wirklich sagen, ich bin diesen alten Pavianfelsen mittlerweile etwas überdrüssig. Noch weniger gefallen finde ich allerdings an der Käfighaltung, in der Husarenaffen, Kapuziner und auch die Katars leben. Zwar wurden hier bereits einige Gehege zusammengelegt, um den Tieren mehr Platz bieten zu können, aber moderne Tierhaltung sieht halt natürlich trotzdem anders aus. Im Inneren des Hauses verschärft sich der negative Eindruck dann leider nur noch weiter. Denn die biedere Kacheloptik steht in meinen Augen wirklich sinnbildlich dafür, wie veraltert die Anlagen hier sind. Wenigstens ist die Außenanlage der braunen Klammeraffen wirklich annehmbar, denn dieser recht hohe Baum bietet den Affen wirklich tolle, natürliche Klettermöglichkeiten, die die Klammeraffen natürlich auch dankend annehmen. Und das ist dann auch für mich als Besucher ein sehr viel schönerer Anblick, als Affen in altbackenen Käfigen sehen zu müssen. Es bleibt zu hoffen, dass sich hier bald einiges tut, so wie schon 2008 bei den Menschenaffen. Seitdem erstreckt sich hier auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern der Borgori-Wald. Borgori ist ein Kunstwort, das sich aus Bonobo, Orang-Utan und Gorilla zusammensetzt. Und damit wisst ihr auch schon, welche drei Menschenaffenarten hier gehalten werden. Besonders die Orang-Utans konnte ich hier wunderbar beobachten. Die beiden Jüngeren hier waren die ganze Zeit am Rumtollen. Ich habe wunderbare Aufnahmen machen können. Und ich glaube, diese Aufnahmen demonstrieren auch ganz gut, warum es keine schlechte Idee ist, Orang-Utans in einer übernetzten Anlage zu halten. Das gilt genauso für die Bonobos, bei denen man folgerichtig ebenfalls eine übernetzte Außenanlage gebaut hat. Einzig die Anlage der Gorillas ist nicht übernetzt. Da die Anlage aber relativ großflächig ist, konnte man trotzdem gute Klettermöglichkeiten in die Mitte bauen. Aber die Außenanlagen sind nicht nur für ihre Bewohner gut konzipiert. Nein, sie machen auch optisch etwas her und bieten tolle Einblickmöglichkeiten. Und auch das Innere des Hauses wusste mich zu überzeugen. Die Innenanlagen der Tiere sind geräumig. Durch den dichten Bewuchs kommt tatsächlich ein wenig Regenwaldatmosphäre auf. Das schwüle Klima tut sein Übriges, gerade wenn man hochgeht, um die Orang-Utan-Anlage auch von oben einzusehen. Glaub mir, da oben steht die Luft echt ordentlich. Aber immerhin konnte ich von dort aus einen Binterong beim Schlafen filmen. Denn ja, die Schleichkatzen leben hier vergesellschaftet mit den Orang-Utans, was ich schon echt sehr spannend finde. Während die Vergesellschaftung der Gorillas mit Rotscheitel-Mangaben jetzt vielleicht nicht ganz so außergewöhnlich ist. Wenn ich richtig informiert bin, gab es aber tatsächlich immer Pläne, die Gorillas mit Mandrills, Guresas und Diana-Meerkatzen zu vergesellschaften. Das wäre echt spektakulär gewesen. Aber auch so ist der Bongari-Wald hier in Frankfurt eines der absoluten Highlights. Auch dank vielen Kleinigkeiten wie diesem Übergang, wo die Gorillas zwischen ihren beiden Innenanlagen wechseln können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass Frankfurt hier einen guten Anwärter darauf hat, nach Leipzig und Rostock den vielleicht drittbesten Menschenaffenkomplex in Deutschland zu haben. Direkt im Anschluss werden wir aber leider auch schon wieder daran erinnert, dass Frankfurt wirklich noch sehr viele Altlasten hat. Das ehemalige Elefantenhaus ist eines der ältesten Gebäude des Zoos und wurde 1984 zum Nashornhaus umgebaut. Bis letztes Jahr konnte man hier Kaluscho treffen, das letzte südliche Spitzmaul Nashorn in Europa. Im stattlichen Alter von 37 Jahren musste er allerdings leider im Dezember 2023 eingeschläfert werden. Ich bin sehr froh, dass ich ihn noch gesehen habe und ihn euch hier nochmal richtig schön zeigen kann, denn Kaluscho war nicht nur ein echter Charakter hier im Zoo Frankfurt. Nein, er hat auch einen unschätzbar wertvollen Beitrag zum Erhalt seiner stark bedrohten Art geleistet, denn er hat insgesamt drei Töchter gezeugt, die alle in Afrika wieder angesiedelt wurden. Im Nashornhaus verweilt jetzt nur noch die Flusspferddame Petra. Wie es mit der Nashornhaltung weitergeht, ist offen. Der neue Masterplan für den Zoo Frankfurt soll im Frühjahr 2024 vorgelegt werden und beinhaltet einen komplett neu gestalteten Afrika-Bereich. Und das ist auch gut so, denn wirklich zeitgemäß ist bzw. war diese Haltung hier nicht mehr. Mal ganz abgesehen von der biederen Kacheloptik im Inneren des Hauses, die vor allen Dingen eher für Besucher störend ist, gilt in Bezug auf die Flusspferdhaltung vor allen Dingen, dass die Wasserbereiche sowohl drinnen als auch draußen einfach viel zu klein sind. Und da tröstet auch ein relativ großer Landbereich nur bedingt drüber hinweg, denn während Zwergflusspferde tatsächlich noch relativ viel Zeit an Land verbringen, verweilen Großflusspferde etwa 16 Stunden pro Tag im Wasser. Und auch wenn sie sich dort die meiste Zeit ausruhen, das hier ist halt wirklich nicht gerade viel Wasserfläche für so ein stattliches Tier. Doch in dem Wissen, dass sich hier hoffentlich in den kommenden Jahren einiges tun wird, ziehen wir weiter vorbei an der Greifvogelanlage, wo auch schon seit über 100 Jahren verschiedene Greifvogelarten gehalten werden. Die aktuellen Bewohner, Schmutzgeier, Gaukler, Königsgeier und Falklandkarakaras, leben aber durchaus in Volieren, die zwischenzeitlich mal zusammengelegt, vergrößert und modernisiert wurden. Gegenüber leben Parmakängurus und Helmcasuare rund um das ehemalige Straußenhaus, wo wir auf der anderen Seite an den Flamingos vorbei unseren Rundgang fortsetzen. Die Robbenklippen lassen wir jetzt aber zunächst noch links liegen, vorbei an den westkaukasischen Steinböcken und den Stachelschweinen, um endlich das Exotarium nachzuholen. Auf dessen Fassade verbirgt sich bereits ein Hinweis, welche ganz besonderen Tiere hier früher einst gelebt haben. Denn hier, wo nun eine Mangrovenanlage entstehen soll, haben früher antarktische Pinguine gelebt. Auch ohne sie hat schon das untere Stockwerk des Exotariums einiges zu bieten. Vor allen Dingen zahlreiche Süß- und Salzwasserfische. Von einheimischen Arten wie Karpfen oder Rotfedern, über exotische Flussbewohner wie Schwarze Pakkus, Faunaugenstechrochen, Lungenfischen oder natürlich den Piranhas, bis hin zu farbenfrohen Korallenriffbewohnern, gibt es hier wirklich einiges zu entdecken. Besonders fasziniert war ich von den Tintenfischen. Geradezu sehen und zu filmen, wie sich einer einen Snack schnappt, war schon extrem toll. Schon hier unten gibt es mit den Terikai-Schienenschildkröten auch erste Reptilien zu sehen, doch im Obergeschoss kommen Reptilienfreunde dann so richtig auf ihre Kosten. Abgesehen von zahlreichen weiteren Wasser- und Landschildkröten leben in den zahlreichen Terrarien vor allen Dingen einige Echsenarten. Etwa philippinische Segelechsen, schwarzer Hardun, Chukwalas oder blaue Felsenleguane oder ein Panther-Chameleon, das mit seiner roten Färbung signalisiert hat, dass es gerade ziemlich angriffslustig war. Natürlich gibt es darüber hinaus auch einige Schlangen zu sehen, wie westliche Hakennasennattern, Langnasenstrauchennattern oder Königspythons. Und natürlich sind hier einige Arten auch durchaus Raritäten. Den Riesengürtelschweif gibt es in Europa etwa nur sechsmal zu sehen, McDougal-Stachel-Leguane nur dreimal und Jamaika-Leguane werden ansonsten in ganz Europa nur im Zoo Leipzig gehalten. Viele werden aber sicher vor allen Dingen von den australischen Süßwasserkrokodilen begeistert sein, deren Gehege zum Glück nicht wirklich so klein ist. Tatsächlich teilen sie sich mit den Papua-Weißschildkröten einen recht großen Bereich im hinteren Teil des Exotariums. Am meisten Platz haben allerdings die Geckos, denen hier als Freiläufern die ganze Etage zur Verfügung steht. Bevor es wieder rausgeht aus dem Exotarium, gibt es auch noch einen kleinen Bereich für Insekten, die als artenreichste Klasse der Tiere überhaupt in Zoos meiner Meinung nach durchaus unterrepräsentiert sind. Und auch Frankfurt zeigt hier leider nur so dieselben Arten, die man dann im Zweifel in Zoos eben sieht. Vielleicht die einzige Ausnahme sind hier die sehr skurril aussehenden, wandelnden Geigen. Und dennoch muss man natürlich festhalten, dass das Exotarium als insgesamt sehr artenreiches Haus nach wie vor viel zu bieten hat, auch wenn man durchaus merken kann, dass die Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1957 jetzt schon eine Weile zurückliegt und das Haus entsprechend ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Im Gegensatz dazu stammen die Robbenklippen, die unterhalb des Exotariums liegen, aus den frühen 2000ern. Hier leben südafrikanische Seebären und Seehunde in einer Kulisse, die mir persönlich sehr gut gefällt, unter anderem, weil man hier Kunstfelsen und echte Steine sehr gut miteinander kombiniert hat. In die beiden Becken, die 800 Kubikmeter beziehungsweise 400 Kubikmeter Wasser fassen, gibt es natürlich auch Unterwassereinsichten, durch die man die Robben auf bis zu 4 Meter tief tauchen sehen kann. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass im Gegensatz zu auch noch teilweise sehr viel moderneren Robbenanlagen hier durchaus auch Naturboden zu finden ist. An die Robbenklippen schließt sich nahtlos das Gehege der Humboldt-Pinguine an. So nahtlos, dass man kaum glauben kann, dass diese Anlage tatsächlich erst 2019 hinzugekommen ist. Vorher gab es hier durchaus auch Pläne, wieder antarktische Pinguine zu halten, die allerdings nicht umgesetzt werden konnten. Stattdessen entstand also eine sehr ansehnliche Humboldt-Pinguin-Anlage, ebenfalls wieder mit tollen Einsichten, sowohl über Wasser als aber eben natürlich auch unter Wasser. Und mit einem Landteil von 410 Quadratmetern und einem Becken, das 435 Kubikmeter Wasser fasst, wird hier auch den Pinguinen durchaus einiges geboten. Und ich muss auch noch erwähnen, dass auch der Blick auf den großen Weiher dahinter sich sehr gut macht. Anlagen wie diese machen deshalb wirklich sehr viel Hoffnung für die weitere Entwicklung des Zoos, doch der restliche Park ist geprägt von klassischen Huftieranlagen. Vorbei an den Trampeltieren und den Ziegen im Streichelzoo kommen wir als nächstes zum Giraffenhaus, dem man eben auch durchaus anmerkt, dass es aus dem Jahre 1953 stammt. Bei gutem Wetter steht den Giraffen zwar eine durchaus akzeptable Außenanlage zur Verfügung, die aber natürlich kein Vergleich dazu ist, dass die Tiere andernorts oftmals mit auf großen Afrika-Gemeinschaftsanlagen gehalten werden. Das größere Problem ist aber eben wirklich das Haus selbst, denn mit einer modernen Freilaufhalle, wie man die mittlerweile zum Glück immer öfters sieht, hat das hier natürlich auch herzlich wenig zu tun. Aber wir haben ja schon davon gehört, dass der neue Masterplan einen neuen Afrika-Bereich vorsieht und ich gehe fest davon aus, dass sich dann auch bei den Giraffen einiges tun wird. Etwa, dass sie mit den Zebras vergesellschaftet werden, die aktuell noch eine Anlage daneben bewohnen. Und eventuell kann in Frankfurt dann auch wieder gezüchtet werden, denn aktuell leben sowohl bei den Zebras als auch bei den Giraffen nur Stuten, wobei eben auch solche reinen Stutengruppen im Gesamtkonzept von Erhaltungszuchtprogrammen durchaus wichtig sind. Neben den Giraffen selbst leben im und am Giraffenhaus noch weitere Tiere, unter anderem die süßen Kirkdickdicks und die wunderschönen Okapis, über deren Anblick ich mich immer wieder aufs Neue einfach nur freuen kann. Deren Haltung und Zucht hat in Frankfurt lange Tradition, denn Bernhard Schimmick brachte damals 1954 das allererste Okapi nach Deutschland und 1960 ist hier auch die deutsche Erstzucht gelungen. Seitdem wurden hier bereits über 25 Okapis geboren und ich dachte kurz, ich hätte Anlass euch jetzt heute das mit den Bienchen und Blümchen erklären zu müssen, aber das war dann doch nichts. Auf der anderen Seite der Giraffenanlage leben auch noch die wunderschönen Bongos in einer Vergesellschaftung mit Pinselohrschweinen, doch noch bemerkenswerter ist sicherlich die Haltung von Gelbrückenduckern, denn die werden in Europa ansonsten nur in Nürnberg, Wuppertal und im Zoopark Buval in Frankreich gehalten. Und für Huftierfreunde hätte ich außerdem noch die Schopfhörsche im Angebot, die ich in der Nähe der Robbenklippen fast übersehen hätte. Und damit geht es zum Abschluss wieder zurück nach Südamerika, denn an der Gemeinschaftsanlage für Capybaras, Vicunjas, Nandus und große Maras vorbei, geht es nun Richtung Ausgang. Beziehungsweise Richtung Fazit, dass hier durchaus immer noch etwas durchwachsen ausfallen muss. Denn der Zoo Frankfurt hat leider wirklich noch zahlreiche Altlasten, einen gewaltigen Baustau, sehr viele Anlagen, wo sich dringend etwas tun muss. Und das hat auch einen guten Grund, denn hier wurde viel zu lange darüber diskutiert, ob der Zoo am jetzigen Standort verweilen soll oder aber vor die Tore der Stadt verlegt werden soll, wo man natürlich sehr viel mehr Platz gehabt hätte. Der Zoo Frankfurt liegt am östlichen Rand der Innenstadt und ist komplett umbaut, sodass die 11 Hektar Fläche nun definitiv nicht erweitert werden können. Dass man sich entschieden hat, trotzdem hier zu bleiben, mag die richtige Entscheidung sein, bedeutet aber auch, dass eine Modernisierung sicherlich mit einem Rückgang im Artbestand einhergehen muss. 2022 lebten im Frankfurter Zoo 5.326 Individuen in 467 Arten. Und ich kann nicht bestreiten, dass dieser Artenreichtum den Zoo Frankfurt meiner Meinung nach durchaus auch ausmacht und auszeichnet. Insofern bin ich sehr gespannt, wie hier ein guter Kompromiss gefunden werden kann. Optimistisch machen mich hier die Anlagen, die in den letzten Jahren bereits entstanden sind, die gleichzeitig auch ein Hauptgrund dafür sind, warum ich einen Besuch in Frankfurt durchaus trotz aller Altlasten empfehlen kann. Zumal ich hier auch abschließend mal ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hervorheben muss. Es gibt wirklich einige Zoos, die für weitaus weniger, weitaus mehr Geld verlangen. Vielleicht fällt mein Fazit hier am Ende zu milde aus. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr vom Zoo Frankfurt haltet. Ich freue mich wie immer natürlich sehr über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und einen Klick auf den Abonnieren-Button, wenn ihr weitere Zoo-Videos sehen wollt. Und denkt dran, für das Gimek-Video auf dem Zweitkanal vorbeizuschauen. Das lohnt sich auch darüber hinaus. Und wenn ihr mich auch weitergehend unterstützen wollt, schaut vorbei auf patreon.com slash zooerlebnis. Dort könnt ihr euch schon für kleines Geld extrem viele coole Bonus-Inhalte sichern. Nach jedem Besuch gibt es dort ein Video. Also eigentlich jetzt so ziemlich jede Woche ein Bonus-Video mindestens. Und gleichzeitig gilt eben auch, jeder Euro hilft dabei, dass ich dieses Projekt hier in dieser Form weiterführen kann. Also würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal auf Patreon vorbeischaut. Und damit vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke natürlich auch an alle Unterstützer. Die Top-Unterstützer seht ihr wie immer. Hier jetzt zum Abschluss noch eingeblendet. Euch natürlich das aller, aller größte Dankeschön. Ich kann mich nur wiederholen. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Und damit bis bald. Macht's gut. Euer Martin. Ich kann mich nur euch hier blendsprimieren. Ich kann mich nur wiederholen. Also ich kann mich nicht machen. Ich kann mich blinken. Ich kann mich nur mit seinem Grund haben. ��عدむ.